so weiter geht heute mit fifa wir machen heute weiter mit dem nächsten liga spiel ja es geht weiter heute spielt noch mal 25 dann in granada da können wir durchaus ein bisschen rotieren würde ich mal behaupten weil eigentlich sollte ein oder die city ja definitiv weil ich ehrlich bin da werden wir auch rotieren wir werden die granada und deutsch durchmarschiert durchmixen mal weil die zweite gar daran halten heute gerade weil city wichtig ist so was wir da mal kurz mal eben ein bisschen die rotationsmaschine mal anwerfen deswegen rodriguez sollte letztes spiel schon spielen eigentlich deswegen mal viele viele ein paar talente mit reinwerfen guter jahr ball der wird bloß nicht da irgendwie dass sich jemand verletzt in der position sache es wird einmal durch gemixt der kader deswegen deswegen wieder einmal auf die beine gestellt das hat gut gehen wir mal rein ins spiel nach granada beim tabellenlitz heute mit der bb bb liebe zuschauer willkommen hier im verregneten estadio nuevo los carmenes schön dass sie wieder einmal eingeschaltet haben ich bin wohl fuß und ich darf das ganze mit dem kollegen frank buschmann für sie kommentieren und heute wird eine partie aus der la liga santa der bei uns auf dem programm stellen fc granada gegen atletik bilbao das ist auf jeden fall ein spiel auf das ich mich schon seit tagen freue und da haben wir die aufstellung des fc granada kurzer blick auf die formation buschi 442 gibt es auch noch 24 rakett und vorne zwei stürmer ein wir sollten deine drei punkte pflicht sein auch mit der truppe zwei ganz neue talente aus der eigenen jugend drin ja dann auf geht's mit vor city noch granada woche an dem so viele dran waren aber der bleibt er soll bleiben sagte trainer wir brauchen mann er ist doch jetzt so viel von einer als alternative und das war eine gute erste situation aber dicken zu hoch angesetzt die nummer die gefährlich jetzt das hat das Wenn wir heute verlieren würden, wäre es kein Weltuntergang. Wir haben so viele Punkte vorsprungen. Die Rechtsverteidigerposition, wir hatten niemanden da auf der Position, wir haben das gelöst mit dem Thema, deswegen mal schnell noch fixen und spielerverpflichtet vor dem letzten Spiel. Ja, ja, gibt gelb am besten noch hinterher, da sind wir zu 70 von Hürden, da habe ich jetzt noch so weggeklickt. Schöner FASTA. Das und das. Oh, dann re! Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich, absoluter Rückkalt, so wie jetzt zu sehen. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Petit. Petit! Ja, der alte und wahrscheinlich auch neuer Meister tut sich schwer, zumindest was die Abschlüsse betrifft. Aber nochmal, das ist eine komplette B11 hier, da sind viele Talente mit drin. A um Spielfahrer ist das zu sammeln und D hier um... Tor! 1 zur Granada! Der erste Treffer in diesem Spiel. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Hand vorbei. Und dann fahren sie aus nächster Linie. Und Vital mit dem riesen Bock dahinter, der hat ganz, ganz schlecht gestimmt. Es geht weiter, wir bauen nun also mit einem Tor hin. Na, spiel doch hin, war nötig. Gut durchgesetzt. Die lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Sanchet. Jetzt ist Platz für den Konter. Sanchet. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Da ist er zur Stelle. Bocher. 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 Ausgleich. Auch wenn das hier eine durchgewürfelte Truppe ist. Man kann seine Situation nutzen. Da ist es. Er setzt sich durch und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Anfang keine große Wucht. Jaiss. er zieht vorbei ein bisschen dusel krieg das teil im ende doch gerettet sanchett klasse vorstoß damit sie aufpassen der schlecht gespielt der vier genauer gespielt werden müssen es geht los mit dem anstoß so auf geht's in der zweiten halbzeit mit 22 oder in die zweite halbzeit die wisst was meine da trägt er ihn vom ball die woche jetzt aber das santos aber kann jetzt mal ein bisschen dann gehen mit tempo jetzt sind sie mal vorbei am verteidiger erst mal und woche und jetzt ist der ball geklärt er hat sich ja im original nach pieris gewechselt ach ganz ehrlich ich freue mich unglaublich gute chance ich habe nicht so gefährlich auf dem schirm der ecke wird die fans jetzt zu gerne die führung bejubeln ecke kommt ins centrum weiter gefährlich das war zu halbherzig was für eine technik mit diesem volley und dann ist es klasse gemacht klipser qualität würde ich sagen jetzt aus dem schuss wird keine richtige chance dafür ist einfach zu hoch und dann geht es auswärts gegen den fc barcelona und das ist ein duell auf das wir uns ganz besonders folgen die fans spüren jetzt kann und dann posten handelfer da ich krieg die motten wie da ja schon im ersten gegentor sehr schlecht aussieht jetzt könnte man mit 3 1 und ich glaube jetzt wird nämlich jetzt macht der trainer nämlich ernst erforder passiert ich nicht allzu viel deswegen wird jetzt durchgezogen man will jetzt hat die so hecke und jetzt wird jetzt kommen die wechsel und wie sie uns diese elf meter war sehr sehr wichtig noch sind hier 20 minuten zu absolvieren gefährlich der steil pass oh ja so ein ball oh ja so ein ball jetzt kommt die ecke gute gelegenheit aber kein tor guter weg auf die nächste partie für bilbao ja es geht gegen manchester city im nächsten moment jetzt könnte es gleich krachen 3 1 granada der tabellenletzte acht punkte auf dem konto schockt hier den tabellenführer ganz allein sollte damit aufs tor zu ich habe zu großkürzig ich habe die klappe zuweiter aufgerissen ich habe mir gesagt von wegen die drei punkte sind pflicht aber oder drin wie auch immer ja vorbei ist er jetzt geht er damit den ball nach innen jetzt kommt der schuss 2 zu 3 nur noch 79 vielleicht und zumindest noch einen und zumindest noch um noch einen punkte mitzunehmen und hier nicht die niederlage zu kassier williams nicht im kader olmo nicht im kader ja ist gut der hat mich noch weggetreten klar die ecke kommt sie bekommen den ball nicht weg meiner meinung war das ja die man ist noch gelb wegen schwalbe oder so der hat ja klar getroffen wem schon ja ich denke das war's oder das ist noch mal die chance auf den ausgleichstreffer das ist noch mal die chance auf den rasen gebracht vielleicht geht es ja endlich aufwärts mann 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 2 zu 3 die niederlage in granada man hat doch die riesen chance gab zum 3 zu 3 boah ist das bitter ja da bin ich jetzt nicht erwartet dass da tatsächlich die niederlage da war ja da bin ich eigentlich drin gesehen den ball da sind mir gerade ein bisschen geschrien scheiße mann kotzt mich das gerade an ja bitter die heimniederlage oder die Ausschnittsniederlage. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und das wird dann die Folge am Donnerstag sein. Genau so ist es gegen Manchester City das Champions League Hinspiel im Achtelfinale. Ob wir das erfolgreich bestehen? Das schauen wir mal. Hoffentlich erfolgreicher als das letzte Liga-Spiel. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns am Morgen Tag um 14 Uhr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.